Thema des Abends, das hatten wir ja vor ein paar Tagen schon mal im Discord-Channel. Und da dachte ich mir, das ist ein Thema, was mit Sicherheit für alle interessant ist und deswegen bringen wir das nochmal auf den Tisch. Im Discord-Channel ging es in erster Linie darum, dass die Firma Soll von Oase aufgekauft wurde und dass die Futtermittel also jetzt auch nicht mehr, also demnächst nicht mehr unter dem Namen Soll am Markt sind, sondern dann auch unter dem Namen Oase. Und dass sich die Zusammensetzung der Futtermittel also teilweise ganz erheblich verändert hat. Ja, und dann haben wir mal so ein bisschen aufgeschlüsselt, was das denn zu bedeuten hat, was da überhaupt steht. Ja, und dann sind wir auch noch auf andere Futtermittel kurz gekommen. Und da habe ich dann also schon erklärt, so, da und da geht der Hase lang. Ja, daran erkennt man, ob das Futtermittel taugt oder nicht. Ja, und ich meine, dann muss ich mir auch mal gucken, in welchem Preissegment bewegt sich dieses Produkt. Und dann habe ich schon mal eine grobe Richtung, wie diese meist verkappten Informationen, die da drin stecken, wie die zu werten sind. Ja, also wenn ich ein extremes Billigfutter habe und da steht Fisch und Fischnebenerzeugnisse, dann werden auch keine Fischfilets verarbeitet. Also da wird wahrscheinlich so vermutlich die unterste Qualität drin sein. Das heißt, die unterste Qualität bei Fisch und Fischnebenprodukte ist Köpfe, Flossen, Karkasse. Also Wirbelsäule mit ein paar Fischresten dran. Ja, das ist dann Fisch und Fischnebenerzeugnisse der untersten Kategorie. Auf der anderen Seite ein wirklich guter Hersteller, also wirklich gutes Futter. Die haben es nicht nötig, sich hinter solchen Begriffen wie Fisch und Fischnebenerzeugnisse zu verstecken. Ja, die geben zum Beispiel an, was sie geben, was drin ist. Ja, da steht bei Organics, bei dem Söll und auch jetzt bei dem Oase, da steht Lachs, ganzer Fisch, nur um jetzt eine Hausnummer zu nennen. Ja, da steht eben nicht Fisch, Fischnebenerzeugnisse, sondern steht Lachs, ganzer Fisch, ja oder Hering, ganzer Fisch. Das bedeutet, so wie er gefangen wird, kommt er in die Presse, also in die Mischmaschine. Und von daher weiß man, okay, das ist, da steckt Qualität hinter. Ja, da ist der gesamte Fisch, so wie ihn ein Räuber auch fressen würde, mit Innereien, mit Magen- und Darminhalt, so weg. Mit Gräten, mit Kopf, mit Augen, mit Schwanzflossen, mit Filet und so weiter. Kiemen, alles drin. Ja, und das ist im Prinzip die höchstwertig oder die bestmögliche Futterqualität. Also jetzt vom Rohstoff her, haben wir schon mal einen kleinen Einstieg. Wie sieht das aus? Ja, also bei den Futtermitteln ist es so, oder überhaupt bei Nahrungsmitteln, das gilt für Tierfutter, das gilt genauso auch für Nahrung für uns, muss das Futter vom Hersteller, also müssen die Zutaten vom Hersteller in der Reihenfolge angegeben werden, in dieser mengenmäßig enthalten sind. Ja, also der Stoff, der am meisten drin ist, steht vorne und der, der am wenigsten drin ist, ist hinten. Ja, und alles dazwischen ist dann möglich. Aber die Hersteller sind nicht verpflichtet, anzugeben, wie viel Prozent von den einzelnen Stoffen drin sind. Und entsprechend ist es so, dass die Information einfach fehlt. Ja, und deswegen gibt es halt nicht nur diese schwammigen Ausdrucke wie Fisch und Fischnebenerzeugnisse, sondern halt auch genauso keine Angaben darüber, wie viel davon drin ist. Und ich kann, ich sage mal zum Beispiel, Thema Getreide. Ja, Getreide ist ein Produkt, ja, unter dem alles Mögliche versteckt wird, ja, oder versteckt werden kann. Ja, da ist alle möglichen Getreide drin. Dann auch teilweise die Produkte aus Getreide können darunter versteckt sein. Allerdings auch unter dem Begriff pflanzliche Nebenerzeugnisse. Ja, also wenn ich das aufdrösel, ne, wenn ich also Getreide aufdrösel in Weizen, Weizenkeime, Weizengluten, Gerste, Hafer, Haferspelzen, Haferflocken, ja. Ich habe aber insgesamt, wenn ich Getreide zusammennehme, habe ich, würde Getreide an Position 1 erscheinen, kann ich aber, indem ich das aufdrösel, das relativ weit nach hinten schieben, ja. Kann unter Umständen dadurch auch gleichzeitig das Produkt auf Platz 2 oder 3, ja, was dadurch könnte, kann ich nach vorne schieben. Ja, ja, wenn ich, wenn dadurch plötzlich der Anteil an Fisch und Fischnebenerzeugnissen plötzlich höher ist als der höchste Anteil Einzelgetreide, ja, dann steht plötzlich vorne, ja. Obwohl Getreide eigentlich in der Gesamtheit ganz vorne stehen müsste, ne. Aber, wie gesagt, da gibt's Tricks ohne Ende. Und jetzt wollen wir uns einfach mal ein paar Futtermittel angucken. Ich habe heute Nacht bis um 5. Wir haben dann gebastelt. So, jetzt, ich fange an mit dem Futtermittel, das schlechteste Futtermittel, was ich finden konnte. Es handelt sich dabei um ein Teichfutter, also Teichsticks. Ich habe früher öfter Kunden, was heißt öfter. Ich habe früher einige Kunden gehabt, die haben ihre Aquarienfische mit Teichfutter gefüttert. Deswegen habe ich das hier mit eingebracht. Jetzt gucken wir uns mal, wie gesagt, das ist das schlechteste Futter, was ich überhaupt finden konnte. Selbst unter Teichfuttermitteln habe ich kein schlechteres finden können. Ja, das heißt Pond, Fischfood, Zusammensetzung, Getreide und pflanzliche Nebenerzeugnisse. Also selbst Goldfische sind keine reinen Pflanzenfresser. Dazu kommt das Getreide. Ich sage mal, ernährungsphysiologisch so ziemlich das minderwertigste ist, was ich auch einem Pflanzenfresser antun kann. Ja, also minderwertiger geht einfach nicht mehr. Also in anderen Futtermitteln wird das als billiger Füllstoff verwendet. Und hier ist es Hauptbestandteil. Also dann gibt es natürlich noch die sogenannten ernährungsphysiologischen Zusatzstoffe. Ja, das sind dann zum Beispiel Vitamine und Mineralstoffe. Also wenn die zusätzlich zugegeben werden, die werden also kommen, also nicht in die Zusammensetzungsliste üblicherweise, sondern dafür gibt es halt diese ernährungsphysiologischen Zusatzstoffe oder Zuschlagstoffe. Weiß ich jetzt nicht genau. Bin ich ein bisschen raus aus dem Thema. Und der Hersteller schreibt, für aktive, farbenprächtige Fische. Ich weiß nicht, was in diesem Futter Farbenprächt entwickeln sollte. Hergestellt aus ausgewählten Rohstoffen ohne Fischmehl. Okay, Fischmehl ist natürlich sehr in die Kritik geraten, weil Fischmehl häufig aus Fischmehl, ganz kleinen Fischen, sardinenähnlichen Fischen, zum Beispiel vor der chilenischen Küste gefangen wird. Und dieses Futter, diese Fische überhaupt nicht für den menschlichen Verzehr gedacht sind, sondern ausschließlich, um in Tierfutter verarbeitet zu werden. Das heißt, da werden die Meere geplündert, um Fische damit zu ernähren. Ja. Und also auch für die Aquakultur. Ja, also für gezüchtete Fische. Ja, also Speisefische. Ja, und da also die Verwertbarkeit eben nicht so aussieht, dass man ein Kilo Fischfutter rein tut und ein Kilo Fisch dabei raus holt, sondern man steckt viel mehr Futter rein, als man am Ende an gezüchteten Fisch raus holt, ist es eben so, dass also der gefangene Fisch, ja, also der zu Fischmehl verarbeitet wird, dass dieser Fisch, also es wird mehr, es muss mehr gefangen werden, um die Fische in Aquakultur aufzuziehen auf Schlachtgewicht. Ja, und wie gesagt, das ist natürlich ökologisch irgendwo ein Unding, ja. Und deswegen ist Fisch und Fischmehlprodukte sehr in Verruf geraten. Eigentlich auch zu Recht. Man kann Fische teilweise auch halt über Insekten ernähren. Dafür muss man keine Fische fangen. Ja, das wird, also, das hat diese Diskussion über die Fischmehlproduktion ein bisschen auch gefördert, ja, dass also weniger, oder dass einige Hersteller sich sogar ganz fett auf die Fahne schreiben, wir verwenden kein Fischmehl, sondern wir verwenden Insekten. Ja, zum Beispiel hier diese sogenannten schwarzen Soldatenfliegenlarven, mit denen die Firma Fluval mit den Backpipes so wirbt, ja. Aber nichtsdestotrotz, also auch der Goldfisch ist eben kein reiner Pflanzenfresser. Ja, man kann also den Goldfisch nicht mit Getreide, das wäre, also, wenn du Brot fütterst, fütterst du ihn wertvoller als mit diesem Futter. Okay, im Brot ist jetzt kein Vitamin drin, wenn keine Vitamine zugegeben und was weiß ich nicht, und nicht wirklich Mineralstoffe, außer dass Salz mit drin ist, ja, also ist natürlich, ist natürlich jetzt nicht ernst gemeint, alternativ mit Brot zu ernähren. Aber ich sag mal, Brot ist ernährungsphysiologisch besser als dieses Futter. Ja, mit ausgewogenem Multivitamin, mit ausgewogenem Multivitaminkomplex, lebenswichtigen Mineralien und Spurenelementen. Ja, das sind sogenannte Vitamin-Vormischungen, ja. Da geht nicht die Firma hin und holt sich Vitamin A und Vitamin C und Vitamin D und B1 und B6 und B12 und mischt die zusammen, sondern die regen das ganze Zeug als Vormischung, ja. Die kommen also fix und fertig von einem Hersteller von diesen Produkten, von diesen Vitamin- und Mineralstoffmischungen, ja, und die geben das dann nach eigenem Gusto dazu. Und entsprechend, ja, mit ausgewogenem Multivitaminkomplex, alles schön und gut, aber ein Futter in dieser Qualität, behaupte ich, da ist nichts mit ausgewogen. Es wird wahrscheinlich eine ausgewogene Mischung sein. Ja, diese Vormischungen sind natürlich schon, kommen von Herstellern, die da Erfahrung mit haben, die da Ahnung von haben, ja. Also die werden den da nicht irgendeinen Drecks zusammen mischen, aber es ist halt, es wird nichts Teures sein. Ja, weil, wie gesagt, ihr müsst euch mal immer diese, diese Zusammensetzung einfach mal angucken. So, und jetzt gucken wir mal runter, da steht Hersteller ist die Firma Denale. Das schlechteste Futter, was ich überhaupt finden konnte, stammt von der Firma Denale. Da habe ich aber schlecht gestaunt, oder nicht schlecht gestaunt. Ja, also, ich sage mal, Erdnussflakes sind auch wertvoller. Ja. Und, ne, also ein noch schlechteres Futter konnte ich leider nicht finden. Also, ich denke mal, das ist erschreckend. Also, selbst alle anderen Hersteller von billigsten Teichfuttern entfielten zumindest irgendwas Fleischliches. Ich sage jetzt mal, ich möchte jetzt mal nicht auf Fisch und Fischnebenerzeugnisse und Fischmehl und so, darauf will ich jetzt nicht hinaus, also das nochmal anschüren. Aber zumindest auch Teichfische, egal ob Goldfische, Kois oder was auch immer, brauchen für ihre Ernährung einen Teil tierisches Futter, ja, damit sie vollwertig ernährt werden können. Ja, und das ist hier mit diesem Futter also überhaupt nicht mal ansatzweise gegeben. Ja, also, es ist sehr traurig, dass die Firma Denale so einen Dreck produziert. Ja, sorry, aber, das hätte ich jetzt von der Firma Denale sicher nicht erwartet. Ja, okay, gehen wir mal weiter. So, ich habe die Futtermittel jetzt so ein bisschen, ich sage mal, meistens Nachwertigkeit. Hier stelle ich sie hier dar, wobei ich dann bei dem, nachher bei dem Organics mache ich dann eine Ausnahme, weil da gehe ich ein bisschen näher drauf ein.